Hallo meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Terratech. So, wir wollten ja zu den fiesen Typen gehen und den Arm Tech verteidigen, der bei dem Angriff angegriffen wird. Ne, der angegriffen wird. Ich guck grad noch mal hier hinten und sollten wir vielleicht mal die Schilder, haben wir noch? Schildblasen haben wir noch. Dann tun wir hier ein paar Schildblasen noch hin. Und dann können wir da noch eine... Warte, wir verschieben mal das Licht um eins jeweils. Oder ne, wir tun die Reparaturblasen noch da hin. So, und dann tun wir noch eine Reparaturblase in die Mitte. Dann werden die Sachen hier nämlich auch ein bisschen repariert, da hinten. Upsala, das wollte ich natürlich nicht. Ach, da muss auch noch eine Reparaturblase hin. Hawkeye-Reparaturblase. Wisst ihr was? Wir zimmern die einfach mal hier rein. So. Die ist ein bisschen größer, gell? Hilf mir, ich werde angegriffen. Du musst mir helfen, das ist doch klar. Na, du da hinten. Na, du kommst schon der Nächste. Noch eine Minute, das ist ja ein langer Angriff. Ich brauche ja schon mal die SCU da hin. Oder auch nicht. Mal bestimmt ein Fehler hier. So, das ist so lang die jetzt nicht. Na doch, die schießen ja ab. Ich bring die mal wieder in Sicherheit. So, da ist der Nächste. Sterbten zurückgerufen. Das hört man noch gern. So, können wir den da hinten jetzt mal umhauen, bitte? So, jetzt aber. Dann alles schön einsammeln. So, und du kommst auch ins Inventar. Da hinten noch was? Ja, ein paar Blöcke liegen da noch. Oh, die Rechtskurve klappt nicht so gut. Wir eroberen die Vivalenbasis. Was haben wir denn hier noch? Hier, das Banditen HQ. Das ist ja das Nächste. Wie viele Felsen fehlen uns noch? Na gut, noch ein paar. Die Hälfte, über die Hälfte. So. Dann machen wir hier mal das Banditen HQ. So, du kommst wieder drauf. Ui, das sind aber viele Gegner. Dann halten wir uns lieber noch ein bisschen. Ich gucke mal kurz, wie sieht es mit den Schilden hier aus? Werden die hier wirklich abgeschirmt? Eigentlich schon, gell? Joa, eigentlich schon. Wie sollte ich da noch bessere Waffenblöcke drauf tun? Was habe ich hier denn für ein Riesenteil? Das sollten wir vielleicht da noch drauf tun. So. Nein. Ah, Mann. So, 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 so. Alter. Ich muss mal die Maus hier umstellen. So. Nicht umstellen, sondern... ...anders. ...hintun. So. Okay, jetzt gucken wir mal mit den Waffenblöcken. Den hier. Passen die da drauf? Oh ja. So. Jetzt gibt es Rums. So, gut, es ist hier im Schützturm. Da haben sie eine kleine Base aufgebaut, die Fabrik. Na gut, wir sind ja hierfür da, um das alles kaputt zu machen. Hehe. Okay. So, wir kümmern uns erst mal um das Ding. Schieß das Ding nur noch zurück. Das ist eine feindliche Base aufgebaut, wie du sie erobern können. Zerstöre alle Basiswachen. Pass auf. Pass. Alle Basiswachen sind zerstört. Glückwunsch, diese Basis gehört jetzt dir. Du kannst sie hier lassen oder die Flöcke, die du willst mitnehmen. Ah, wie cool. Wir mussten einfach nur alle umhauen. Na gut, hier ist aber ein kleiner Fehler unterlaufen. Na gut, ich tue die mal in allen Sinventar. Denn so halb im Berg drin, nützt die uns ja wahrscheinlich nicht viel, gell? So. 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 Rein damit. Och, da kriegen wir aber schön viele Blöcke. Das freut mich. Feindliche Verstärkung. Machen wir erst mal die feindliche Verstärkung hier, oder? Gut, so viele Felsen haben wir jetzt immer noch nicht zerstört. So. Komm mal mit. So. Nach hinten sind noch ein paar Blöcke. Dann kommen die auch noch schön mit, die Venture-Blöcke. Die lasse ich mir ja nicht entgehen. Da hinten sind auch noch ein paar. So. So. Habe ich eigentlich keine Kraftstoff-Anzeige? Habe ich echt nicht. Naja. Und hier hätte ich eigentlich mal die Diamanten-Bohrer wieder hinsetzen können. Weil dann können wir uns mal ein bisschen hier um die Felsen kümmern. So. Dann haben wir die Mission nämlich auch bald. So. Sehr schön. So. Sehr schön. Feinde gesichtet, besiege sie bevor die Verstärkung eintrifft. Ja, würde ich gerne machen. Mist. Komm jetzt hier. Wo hänge ich denn die ganze Zeit fest? Ach doch, das ist alles voll mit Feld. Achso, okay. Und jetzt? Hm. So, fein zerstört, aber wir kommen noch mehr, pass auf. So, drei Runden gibt's. Ja, das ist natürlich doof mit dem da unten drunter, ne? Ja, du kommst da auch noch nicht mit drunter. Jetzt verschießt mir da unten ja alles. Ich komme hier nicht raus. Geh weg. So, da hinten kommt noch einer. Nee, was ist denn jetzt los? Ah! So. Gut. Erfüll dir jetzt nochmal was hier. So, rein damit. Oh ja, wenn da viele Blöcke kommen, dann fängt das Spiel echt an zu hängen. Das ist viel Schal. Ja. Was ist denn das hier? Warte mal. Grafik. Vollbild. Mal kurz raus, irgendwie. So, ihr seht jetzt nichts, aber ich seh jetzt wieder. Ich mein, ihr seht keine Veränderung. Aber die Taskleiter war kurz raus, äh, drin. So, und da ist gleich die nächste Mission. Auch mal gleich nochmal mit den feindlichen Verstärkungen. Machen wir auch sofort. Ich würde bloß sagen, wir verankern uns nochmal gerade kurz. Mag aber natürlich nicht. Schalte diesen Feind aus und beläde den Rest der Truppe. Ja. Na gut, jetzt kommt der schon. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir ihn von hier treffen können. Ja gut. So, weitere Feinde kommen. Ich hänge so an der Kante. Ich komme hier nicht hoch. Ach, vielleicht können wir die hier so umhauen. Zweite Welle besiegt. Hier kommt noch eine. Okay. Ich möchte hier hoch jetzt mal. Ich komme hier nicht hoch. Irgendwann müssen die Texte rausgehen. Nein, jetzt kommen sie bis hierher. Hau ab. So, jetzt. Jetzt aber. Gut gemacht. Feine ausgeschaltet. Komm schon. Weitere Feinde sind unterwegs. Warum denn das? Und kommen jetzt plötzlich noch mehr? Feinde zerstörte. Vorrangige Arbeit. Noch mal eine Kiste kam nicht gerade. Ich verstehe es nicht. Soll mir recht sein. Mehr Loot für mich. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Nein. Oh. Oh. Soll ich viel Stein haben wir jetzt? 79 haben wir schon. Und die anderen Sachen sind alle ein bisschen weiter weg. Natürlich hinter dem Felsen. Äh. He. So, haben wir alles? Natürlich nicht. So, du kommst auch noch da rein. Na gut, aber ich sehe schon, die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Geil. Boah. Den hat es aber hochgehauen. Mir kommt nicht mehr hier durch. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Handelsstation. So. So. Hier können wir ja noch ein bisschen die Felsen wegräumen. Oh ja, wir sollten uns auf jeden Fall verankern. So. Na ja. Guck mal hier. Noch weitere Missionen von Hawkeye. Bestand kommt gleich Smash. Und schimpft uns an. Nö, er kommt nicht. Ist ja nett. Ich kaufe mal so eine automatische Förderanlage. Zwei Batterien noch. Das kann ja auch nicht schaden. So. Na gut, ich würde aber sagen, was ist denn hier für ein Riesenbereich? Bestimmt hier Blackop, oder? Na gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs zu gucken und ja. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.